Hey yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Pack Opening, das ist jetzt schon die allerletzte, ich hab nur fast only crap gezogen. 1800 FIFA Points sind jetzt noch übrig und ich hoffe jetzt einfach mal, dass jetzt endlich der Hammer kommt, bitte. Und First Pack, come on, und Maxwell, ja geht doch schon mal hier gut los, nicht, egal, komm, die Karte können wir vielleicht nochmal irgendwann gebrauchen, aber sonst schon wieder alles einfach abstoßen, scheiß drauf. Hazard, bitte, komm, 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 Ibrahimović, Ronaldo, Robben, irgendeinen krassen, bitte. Und Ruiz. Oh Mann, Alter, eigentlich müsste man schon die ganze Zeit so eine Dauerschleife laufen lassen von einem traurigen Beat im Hintergrund, das gibt's ja gar nicht. Pechton auf jeden Fall am Start, Egoin, drittes Peck, und, 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 komm, 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 bitte, 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 und, 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 oh, 34, Base. Der Venezolaner, was ist mit dir, was ist mit ihm? So, okay, LF zu LM, ja, nein, das brauche ich doch auch nicht, obwohl vielleicht eventuell, ich bin schon so verzweifelt, Leute, ich weiß wirklich nicht, wohin noch mit den FIFA Points, ob es überhaupt sich lohnt, die Packs noch zu öffnen, weil sowieso nur Crap drin sein wird, aber, komm, ein bisschen optimistisch sollte man trotzdem bleiben, ach, komm, mach doch nix, im nächsten Pack ist doch sowieso der Messi drin, abstoßen, und, komm, bitte. So, es ist, ich einfach immer positiv denken, die Hoffnung stirbt zuletzt, Messi ist vorne drauf, ist doch schon mal ein gutes Zeichen, und, Rojo, okay, der ist wenigstens 4K oder so wert, Barker, äh, die Fitnesskarte noch, und sonst, wirklich echt nichts Gutes, so, Egoin, und, bitte, 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 Egoin, 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 Oblak, echt schon wieder nur Bullshit, 9, oh, wie traurig das aussieht, ich hatte gerade eben da noch, also, ich nehme das Ganze natürlich ja am Stück auf für euch, 13.000 FIFA Points hatte ich, und jetzt sind es nur noch 750, Aduris, boah, okay, nicht mal ein Rare-Spieler, das gibt's dann nicht, ein gratis Silber-Set, geil, nice, so, das stoßt mir wieder alles ab, ich glaub, noch 5 Packs können wir ziehen, genau, und, Egoin, Egoin, und, Sam, Sydney, Sam, 90 Pace, na, ist nicht schlecht an sich eigentlich, den brauchen wir gar nicht erst nachgucken, wie viel der wert ist, hier noch die Fitnesskarte, und sonst stoßen wir einfach wieder alles ab, okay, komm, 4 Packs noch, 4 Packs noch, bitte, 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 Ramsey, Ibarbo, jawohl, not bad, auch wenn der jetzt in der italienischen Liga spielt, wie viel ist der wert, okay, 9.000 Coins, ja, 8.000 ist doch auf jeden Fall in Ordnung, Ramsey noch, das wäre jetzt zum Beispiel ein gutes Pack, Alter, da kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren, ich glaub, der müsste 6, 7 K wert sein, ja, das geht auf jeden Fall klar, das Pack, nice, so, tun wir mal einfach alles in den Verein speichern, und, so, drei Packs noch, komm, 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 Egoin, bitte, 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 ich schau einfach mal nicht hin, und, oh, Sandro ziehen wir schon wieder, okay, aber sonst, wirklich schon wieder, nur, Crap, beziehungsweise, Sandro ist auch nicht gut, den können wir abstoßen, so, vorletztes Pack, Leute, komm, Alter, wenn jetzt noch Messi kommt, das wäre so legendär, nach dieser langen Pechsträhne, ich hoffe einfach mal, dass jetzt ein krasser kommt, bitte, Hazard vorne drauf, hier noch eine Pace-Hure, aber der wird auch kaum was wert sein, ja, können wir eigentlich wieder alles abstoßen, okay, Leute, wir sind jetzt schon angelangt, bei 150 V4 Points, die jetzt noch übrig sind, Alaba ist vorne drauf, wird Alaba derjenige sein, der uns nochmal richtig viel Glück bringt, komm, bitte, bitte, letztes Pack, Alter, und, mess die Info, ey, Bojan, oder Bojan, immerhin, hat sich doch gelohnt, jo, danke für dein Beileid, egal, wir haben ja noch das Gratis-Silber-Set, fällt mir gerade ein, vielleicht ist ja hier der Messi drin, komm, bitte, komm, wenn im Gratis-Silber-Set, ich weiß gar nicht, ob das geht, Messi drin ist, okay, können wir sowieso, wieso sage ich das überhaupt, Leute, das gibt es ja nicht, immerhin die Fitnesskarte, okay, das war's dann auch schon, Leute, hier nochmal 500 Coins auf dem freien Mann, ich kann euch nochmal ganz kurz meine Teams zeigen, mit denen ich zur Zeit so ein bisschen sweat, hier, Dumbi hat eine rote Karte kassiert im letzten Spiel, einfach hier so ein chilliges russisches Team, dann habe ich noch, hier, Moment, Mannschaftsauswahl, und das ist nochmal ein anderes Team, Spanische Liga, Iniesta, Xavi, die sind alle nicht so teuer, Neymar Messi wäre natürlich perfekt für das Team, aber, nun ja, was soll's, also Leute, ich hoffe, euch konnte die Episode trotzdem unterhalten, und auch die anderen Pack-Openings, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da, haut rein, bis zum nächsten Mal, und ja, falls ihr auch mal Lust auf ein Pack-Opening habt, vielleicht habt ihr viel mehr Glück als ich, dann findet ihr den Link zu PSN-Karten und Microsoft Points, natürlich in der Videobeschreibung, haut rein, bis zum nächsten Mal, und, lol, was bei Marcel gerade passiert, also, haut rein, ciao.